herzlich willkommen zur vorlesung analysis weiterführende konzepte das ist das lernvideo nummer 9 es wird um endlich dimensionale normierte räume gehen und wir hatten ja im letzten video die p normen kennengelernt und wir möchten diese normen etwas genauer studieren und auch vergleichen ja das neue kapitel ist also kapitel 15 endlich dimensionale normierte räume und ziel dieses kapitels ist zunächst einmal die topologischen eigenschaften von kd ausgestattet mit einer p norm zu verstehen topologische eigenschaften meint hier dass man die struktur der offenen mengen verstehen möchte oder was es heißt dass eine folge konvergiert was eine stetige funktion ist oder auch was die kompakte menge ist dann werden wir uns mit dem begriff der äquivalenz von normen beschäftigen und insbesondere feststellen dass in dem endlich dimensionalen raum alle normen immer äquivalent sind und das heißt die topologischen eigenschaften sehen in endlich dimensionalen räumen überall gleich aus und das ist auch schon eine der wichtigsten erkenntnisse in dem kapitel wir sehen dass die topologische struktur endlich dimensionale normierte räume mit der das r hoch d beziehungsweise c hoch d übereinstimmt und wir werden auch sehen dass der rd oder der cd sehr viele eigenschaften erbt die wir von den reellen zahlen oder den komplexen zahlen kennen ja beginnen wir mal damit die p norm die wir das letzte mal auf dem rd bzw cd eingeführt haben nochmals wiederholen also für einen vektor x d dimensionalen vektor x haben wir die p norm definiert indem wir die beträge der einzelnen komponenten zur potenz p genommen haben aufsummiert haben und damit wir eine absolut homogene funktion bekommen müssen wir die p die wurzel noch ziehen ja und diese norm haben wir eingeführt für p größer gleich 1 und kleiner gleich unendlich für p gleich unendlich macht dieser ausdruck hier natürlich keinen sinn sondern da haben wir dann die die maximums norm benutzt das heißt man hat dann anstatt der summe das maximum über die beträge der iten komponenten genommen ja für jedes p kriegt man also eine andere norm und das heißt wir haben unendlich viele norm auf diesem vektorraum und die sind auch alle verschieden die norm und beschreiben unterschiedliche geometrien und da sieht man am besten indem man sich mal die einheitskugel ansieht in den räumen ja einheitskugel bedeutet immer dass man die menge aller vektoren nimmt deren norm kleiner gleich 1 ist und weil die norm hier von dem exponenten p abhängt bekommt man für jedes p eine andere einheitskugel und hier ist mal eine abbildung für den fall dimension d gleich 2 da sieht man in der mitte dieses quadrat das auf der spitze steht das ist die einheitskugel für p gleich 1 dann ganz außen das quadrat das auf der fläche auf einer seitenfläche liegt das ist die einheitskugel in bezüglich der maximums norm und hier sieht man auch den fall p gleich 2 noch da das ist einfach eine kreisscheibe und man sieht auch schön wie die die einheitskugeln monoton sich vergrößern wenn p gegen unendlich strebt was man analytisch einfach sehen kann ist dass die abbildung die p auf die p norm eines vektors abbildet dass die abbildung in dem monoton fallende abbildung ist dies auch stetig differenzierbar das kann man nachrechnen und man kann dann auch sehen dass die monoton fallend ist ja obwohl jetzt auf kd diese p norm alle unterschiedlich sind und unterschiedliche geometrien beschreiben werden wir feststellen dass die topologischen strukturen identisch sind und nicht von diesem exponenten p abhängen was damit gemeint ist ist dass es nicht davon abhängt wie man p wählt ob jetzt eine menge im kd offen oder abgeschlossen ist oder keins von beiden eine folge konvergiert unabhängig davon wie wir die p welche p norm wir betrachten und auch die stetigkeit funktion hängt nicht von der wahl der p norm ab und das gilt nicht nur für den wektorraum kd mit mit den p norm das gilt auch für jede andere anderen endlich dimensionalen normierten raum man stellt fest dort hängt die topologie nicht von der wahl der norm ab im endlich dimensionalen aber im unendlich dimensionalen das werden wir auch ganz kurz sehen ist die aussage falsch dort können wir verschiedene normen einführen die tatsächlich dann auch verschiedene begriffe wie offenheit und konvergenz und stetigkeit implizieren ja um das mathematisch richtig formulieren zu können benötigen wir den begriff der äquivalenz von normen und da geht wie folgt wenn wir einen vektorraum x haben und auf dem vektorraum zwei normen betrachten dann nennt man diese normen äquivalent falls wir diese ungleichung haben hierbei ist c eine positive konstante und die soll für alle vektoren x aus dem vektorraum gelten das heißt man kann beispielsweise die zweite norm nach unten durch die erste und nach oben durch die erste norm abschätzen und die bemerkung ist dass das sieht man sehr einfach dass diese definition symmetrisch ist wir können hier eins und zwei vertauschen und erhalten eine äquivalente eigenschaft ja in dieser dieser ungleichungskette kommen zwei ungleichen vor einmal wird x1 nach oben durch x2 kontrolliert und einmal die zweite norm durch die erste norm kontrolliert und wenn man nur eine dieser abschätzungen hat dann führt das auf einen anderen begriff das ist innerhalb dieser bemerkung und zwar nennen wir eine norm eine erste norm schwächer oder auch gröber als die zweite norm falls man diese erste norm eben durch die zweite norm abschätzen kann und ja das hat verschiedene konsequenzen zum beispiel wenn wir eine folge haben xn die bezüglich der zweiten norm konvergiert das bedeutet es gibt ein grenzwert x und der abstand xn minus x in der norm geht eben gegen 0 wenn er wenn n gegen unendlich geht dann folgt aufgrund dieser dieser ungleichung dass dann natürlich auch der abstand von xn zu x gemessen in der ersten norm gegen 0 geht denn wir können diesen ausdruck bis auf eine konstante c durch den den ausdruck mit der zweiten norm abschätzen das bedeutet und deshalb sagt man auch schwächer wenn eine folge in einem normierten raum bezüglich der stärkeren norm konvergiert oder beschränkt ist oder eine kochi folge ist dann ist hat sie auch diese eigenschaft bezüglich der schwächeren norm ja warum nennt man die erste norm falls sie sie ungleichen gilt gröber nun die erklärung ist die folgende wenn wir eine menge haben die offen ist bezüglich der ersten norm dann ist sie auch bezüglich der zweiten norm offen das kann man auch sehr einfach sehen und warum nennt man das dann gröber nun die das bedeutet wenn wir diese implikation haben bedeutet das dass die menge aller offenen mengen bezüglich der eins norm weniger mengen enthält potenziell als die menge aller offenen mengen bezüglich der zweiten norm also in dem normierten raum wenn wir die zweite norm verwenden gibt es potenziell mehr offene mengen und wir werden später sehen dass man eben konvergenzbegriffe und stetigkeit über die menge aller offenen mengen identifizieren kann man nennt dann das eine topologie und das wird thema sein dieser vorlesung ganz am ende des semesters und wenn man nun so eine beziehung hat zwischen zwei normen dann ist eben die topologie die von der ersten zur ersten norm gehört gröber als jene die zur zweiten norm gehört ja und die letzte beobachtung ist das ist auch sehr klar wenn man den punkt der die folgenkonvergenz thematisiert betrachtet ja die letzte konsequenz ist ist das eine funktion die bezüglich der ersten norm stetig ist dann auch bezüglich der zweiten norm stetig sein muss diese ganzen zusammenhängen sind nochmal hier in dieser tabelle zusammengeführt also wenn der erste raum oder die erste norm schwächer ist beziehungsweise die zweite norm stärker ist dann spricht man auch von einer gröberen beziehungsweise einer feineren topologie man hat in der gröberen topologie mehr konvergente folgen weniger offenen mengen und weniger stetige funktion während man entsprechend dann eben weniger konvergente folgen bezüglich der stärkeren norm hat mehr offene mengen bezüglich der feineren topologie und auch mehr stetige funktionen bezüglich der feineren topologie hat das kann man und das sollte man sich in dieser form eben merken gut und wenn man nun äquivalente normen hat dann bedeutet das diese beziehung in beide richtungen gilt dann können wir auch die zweite norm durch die erste norm abschätzen und nicht nur die erste durch die zweite und das bedeutet dass all diese begriffe die hier diskutiert werden zusammenfallen das heißt im falle äquivalenter normen auf einem vektor raum bedeutet das dass egal welche norm ich von den beiden nehme man die gleichen offenen mengen hat und die gleichen konvergenz und stetigkeitsbegriff ja für uns ist jetzt besonders wichtig festzustellen dass die p normen auf dem kde eben äquivalent sind und das ist der inhalt dieses lemmas hier sind pq zwei exponenten q ist größer als p und die erste abschätzung sagt dass man die kleinere p norm durch die größere abschätzen kann und es kommt eine konstante vor in der die dimension und die exponenten auftauchen und die zweite abschätzung sagt dass man die größere norm mit konstante 1 durch die kleinere norm abschätzen kann ok wie kann man das beweisen wir fangen erstmal an mit der ersten abschätzung das ist schritt 1 und schauen uns erstmal den fall an dass q eben die unendlich ist das heißt auf der rechten seite steht die maximums norm und wenn wir einfach mal die p norm hinschreiben meinetwegen zur potenz p dann können wir natürlich diese jeden dieser terme abschätzen durch die maximums norm hoch p und sehen dadurch weil man dann letztlich d mal den gleichen term aufsummiert dass wir diesen ausdruck nach oben durch d mal die maximums norm hoch p abschätzen können und wenn wir jetzt die p die wurzel nehmen dann erhalten wir genau diesen ausdruck wir schauen nochmal wenn wir die p die wurzel von d nehmen dann gibt es d hoch 1 über p und wenn q unendlich ist dann ist 1 durch q nach konvention ja 0 also erhalten wir genau diese form hier der fall p kleiner q kleiner unendlich den behandelt man mit hilfe der mit hilfe der hölderschen ungleichung mit der hölderschen ungleichung vielleicht können wir an die hier erinnern das ist ja eine ungleichung von der form dass wir hier zwei vektoren haben a und b und wir summieren über die komponenten und wir können dann eine abschätzung gewinnen von dieser form hier wobei die exponenten alpha und beta eben dual zueinander sein müssen das war die höldersche ungleichung und die möchten wir hier anwenden um sozusagen aus diesem p hier ein q zu bekommen weil wir ja die q norm haben möchten auf der rechten seite naja um aus dem p ein q zu bekommen können wir einen der der exponenten in der hölderschen ungleichung als q über p wählen wenn q über p mit p multipliziert wird kommt eben gerade q raus ja und damit dann die dualitätsbedingungen erfüllt ist muss dann der zweite exponent q über q minus p sein so und jetzt hat man hier irgendwie nur einen vektor was ist denn der zweite vektor bei der anwendung der hölderschen ungleichung nun der zweite vektor ist sozusagen der vektor mit der konstante vektor der überall in seinen komponenten die 1 hat um das nochmal deutlich zu machen das heißt dieser ganze ausdruck hier dieser ganze ausdruck ist sozusagen das a i und das rote hier ist die 1 und in dieser form können wir jetzt die höldersche ungleichung anwenden und erhalten dann eine abschätzung nach oben und dann steht hier diese summe i von 1 bis d x i hoch p mal q über p das ist x i hoch q dann müssen wir hier die potenz p über q nehmen und ja beim zweiten kriegen wir dann diese summe wobei das b ja einfach bi immer 1 ist das heißt wir summieren die 1 d mal auf und dann bleibt nur noch die äußere potenz übrig und das ist dann q minus p über q und wenn wir hiervon die p die potenz nehmen dann kommen wir auch gerade wieder zu diesem ausdruck hier ja jetzt möchten wir diese zweite abschätzung beweisen das ist also schritt 2 also der zweite schritt im beweis hier möchten wir diese abschätzung beweisen und wir starten zunächst mal mit einer behauptung nämlich dass folgende implikation gilt falls wir einen vektor haben dessen p norm 1 ist dann soll daraus folgen dass die q norm kleiner gleich 1 ist und wie sieht man das nun das sieht man wie folgt also das argument ist 1 ist ja das gleiche dann wie x p norm hoch p das können wir ausschreiben und jetzt ist ja so dass wenn wir das uns so ansehen hier summieren wir nicht negative zahlen und die summe ist eben gleich 1 das heißt hier raus folgt dass jeder einzelne dieser terme kleiner gleich 1 sein muss und dann bedeutet das dass natürlich wenn wir uns die q norm des betrages von x i anschauen können wir das aufschreiben als x i zur potenz q minus p mal die p die potenz von betrag x i und weil der betrag von x i kleiner gleich 1 ist ist dieser vor faktor auch kleiner gleich 1 und wir haben also gezeigt dass diese abschätzung hier gilt ja und wenn wir jetzt das aufsummieren und die q die potenzien dann bekommen wir folgenden ausdruck wir beginnen mit der mit der q norm von x das ist dieser hier wir verwenden jetzt dass dass diese diese abschätzung hier für jeden einzelnen dieser terme das heißt wir können das nach oben abschätzen durch die p norm die p die potenz der beträge und jetzt würde hier 1 durch q stehen aber wir schreiben das 1 durch q mal anders auf und zwar schreiben wir hier 1 durch p plus 1 durch q minus 1 durch p und wenn man das jetzt hier ausschreibt dann steht hier zum einen mal die p norm von x und dann bleibt eben ein faktor übrig und das ist dieser faktor hier und jetzt wissen wir aber dass aufgrund der annahme hier dieser term hier gleich 1 ist und wenn wir 1 mit irgendeinem exponenten potenzieren dann bleibt es eben 1 und das heißt die rechte seite ist nichts anderes als die p norm von x und dann haben wir von links nach rechts gezeigt dass die q norm von x durch die p norm von x abgeschätzt werden kann ok löschen wir mal das argument so um jetzt denn tatsächlich diese zweite abschätzung beweisen zu können wenden wir einen trick an den man oft anwendet und zwar wir können uns auf diesen spezialfall zurückziehen indem wir die vektoren die wir betrachten geeignet reskalieren und wir fangen also mal an jetzt sei x tatsächlich ein beliebiger vektor ungleich 0 für 0 müssen wir es nicht beweisen weil dann auf beiden seiten 0 steht und die abschätzung trivialerweise erfüllt ist also sei es mal x ungleich 0 dann können wir natürlich die gute norm die q norm von x schreiben als als die q norm von folgendem ausdruck wir schreiben x auf als x über die p norm von x mal die p norm von x ja da haben wir eigentlich x nur mit einer 1 multipliziert und jetzt können wir die absolute homogenität der q norm verwenden und sehen also das ist ja das gleiche wie die p norm von x mal das was eben in der norm übrig bleibt und jetzt sind wir in der situation dass hier drin ein vektor steht dessen p norm eben 1 ist das heißt wir können diese behauptung hier oben verwenden diese implikation und stellen fest dass also dann die norm dieses vektors hier kleiner gleich 1 sein muss und damit damit steht die behauptung da die wir beweisen wollen also wir haben jetzt festgestellt dass die ganzen p norm auf kd äquivalent sind und eine einfache konsequenz aus dieser feststellung ist nun dass dass für alle p diese normierten räume bannachräume sind der beweis ist jetzt sehr einfach zunächst wissen wir dass und das haben wir nämlich schon gezeigt dass kd ausgestattet mit der Maximumsnorm im bannachraum ist und weil jetzt die normen äquivalent sind bedeutet das wenn wir also eine Cauchy-Folge nehmen in diesem raum mit der p-norm dann ist diese folge auch eine Cauchy-Folge bezüglich der Maximumsnorm dann konvergiert sie bezüglich der Maximumsnorm und weil aber die normen äquivalent sind konvergiert sie dann auch bezüglich der p-norm also hat jede Cauchy-Folge in diesem raum mit der p-norm eine konvergente Teilfolge und damit ist der raum vollständig und damit eben ein bannachraum und eine andere einfache konsequenz ist die folgende wir haben ja gesehen dass wenn wir eine Folge haben die bezüglich der Maximumsnorm konvergiert dass dies genau dann der Fall ist dass die ganzen Komponentenfolgen eben in r oder in c konvergieren das heißt Normkonvergenz und Komponentenweise Konvergenz sind äquivalent und das haben wir für die Maximumsnorm gezeigt und weil jetzt aber die ganzen p-normen ja äquivalent sind gilt diese Aussage auch für beliebige p-norm ja und damit sind wir schon am Ende dieses Lernvideos und im nächsten Video möchten wir dann diese Beobachtung auf beliebige endlich dimensionale Vektorräume ausweiten so Lernvideos guys